Seit den 1970er Jahren verkehren die einstöckigen und lockbespannten Fernverkehrszüge der Marke Intercity auf deutschen Gleisen. Seit jeher verfügen diese Züge über ein gastronomisches Angebot. Anfangs mit Restaurantwagen, seit mehr als 10 Jahren nur noch mit Bordbistro. Dabei liegt der Unterschied zwischen Bordbistro und Bordrestaurant in der Regel nur an der Anzahl der Sitzplätze. Die Bordbistros sind eher zum Mitnehmen der Speisen ausgelegt als die Bordrestaurants, in denen es deutlich mehr Sitzplätze und einen Service am Platz gibt. Das Speisenangebot war, wie die Preise allerdings immer identisch. Doch damit ist bald Schluss. Die Deutsche Bahn mustert alle verbleibenden Intercity-Bistro-Wagen ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2023 aus. Laut der Deutschen Bahn hätten diese ihre Lebensdauer erreicht. Außerdem seien diese wegen der sogenannten Drehfalltüren störenfällig. Die Drehfalltüren seien gerade für Reisende mit viel Gepäck oder ältere Menschen nur schwer zu öffnen, so die Deutsche Bahn. Laut Konzernangaben handelt es sich hierbei um 20 Bistro-Wagen. Die doppelstöckigen Fernverkehrszüge der Marke Intercity 2 der Deutschen Bahn verfügen schon seit jeher über keinen Speisewagen. Dort gibt es lediglich einen Snackverkauf. Warmegerichte werden nicht angeboten. Dies wird nun auf die gesamte Intercity-Flotte ausgeweitet. Die gastronomische Versorgung soll nach Angaben der Deutschen Bahn über einen sogenannten Abteilverkauf und einen Service am Platz mit einem mobilen Caddy gewährleistet werden. Dabei galten gerade die Speisewagen einmal zu den Qualitätsmerkmalen der Intercity-Fernzüge. Die Eurocity-Verbindungen ausländischer Bahnunternehmen sind davon übrigens nicht betroffen. Die Deutsche Bahn zeigt wieder einmal deutlich, wo sie die Zukunft des Intercity 1 sieht. Auf dem Abstellgleis. Die Abschaffung der Bistro-Wagen ist einer der ersten Schritte dorthin. Der ICEL soll mittelfristig den Intercity 1 ablösen. Die einstöckigen Intercity 1-Züge werden also nach und nach von den Gleisen verschwinden und Verbindungen, die früher durch den Intercity bedient wurden, werden als ICE-Verbindung deklariert. So wird in absehbarer Zeit wieder ein umfangreiches gastronomisches Angebot auf vielen ehemaligen Intercity-Verbindungen angeboten werden, da der ICEL über einen Speisewagen verfügt. Die Deutsche Bahn rechnet derzeit damit, den Betrieb der Intercity 1-Züge bis zum Jahr 2026 gänzlich einzustellen.